Hallo, sei gegrüßt. Wir laden dich herzlich ein zum Online-Männertag. Wir sind mitten auf der Zielfahrt und richtig drin in der Vorbereitung und euch erwarten eine Menge tolle Sachen. Euch erwarten zwei spannende Vorträge von Henk Storvogel. Außerdem werden wir natürlich Livemusik genießen und auch Jazzmusik. Desweiteren könnt ihr euch freuen über ein Lebensbild, ein Porträt von jemandem, der Gotteskraft erlebt hat, auch in herausfordernden Zeiten. Jetzt fällst nur noch du und wir laden dich ein, dass du am 30. Januar von 16 bis 19 Uhr mit dabei bist und dich einklingst beim Online-Männertag Berlin-Brandenburg und Ostdeutschland. Du kannst dich einwählen über die Internetseiten von Wiedenest oder der EFG Obergrämer und wenn du dich anmeldest, dann bekommst du den Link direkt zugesandt. Also, sei dabei. Mach's gut. Tschüss. Wir freuen uns auf dich.